dienstag der fünfte dezember 2023 hallo und herzlich willkommen zu neuen video ihr werdet es nicht fassen was ich gestern gemacht habe aber das sage ich euch gleich wir öffnen heute schon das adventskalender türchen am vortag von nikolaus und die fünf und die sechs sind nebenan jedenfalls beim netto adventskalender und es soll daran erinnern den stiefel auszustellen am heutigen abend so ihr kennt schon es ist wieder der kauflein da ist das türchen aber der fehler lichter und ich habe die dreien soll nicht aufgemacht und die vier gestern tatsächlich gewesen gut der schaukelpferd kommt zum vorschein so da war ich mir ja nicht sicher aber wirklich aus den aldi ist da ist das türchen identisch mit eben auch hier der stiefel so ihr seht schon hier sind wir wieder bei dem kalender da ist das türchen im übrigen so schaut es aus das schokolade stückchen so hier sind wir bei dem weiteren geschenken dann wenn es kalender müsste schon da ist das türchen ich sag nur die stern schnuppe kommt zum vorschein dennoch sage ich jetzt mal bitte lag das video trotzdem und lassen aber da wir sehen uns auch am morgigen nikolaus tag es ist übrigens dann mittwoch